Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Remax News im heurigen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut gestartet. Legen wir los und das ist unser erstes Thema. Das letzte Jahr war trotz aller Herausforderungen ein herausragendes Immobilienjahr. Laut Remax-Hochrechnungen wird für 2021 mit rund 160.000 Immobilienverkäufen gerechnet. Ein neuer Rekordwert. Es gibt weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach Immobilien und das beeinflusst die Preise. Was das auch für die Prognose für das heurige Jahr bedeutet, das erfahren Sie jetzt. Das Angebot an Immobilien wird im Jahr 2022 kaum steigen. Die Nachfrage nimmt jedoch erheblich zu. Der Preistrend bei Wohnimmobilien zeigt daher stark nach oben. Am stärksten nachgefragt sollen Baugrundstücke, Wohnobjekte in Einzellagen, Einfamilienhäuser und Wochenendhäuser werden. Also Immobilien mit mehr Distanz zum Nachbarn. Manche nennen das auch Stadtflucht. Das ist die gesammelte Expertenmeinung von 600 Remax-Immobilienmaklerinnen und Makler aus ganz Österreich. Tipps für Käufer, unbedingt Vormerkservices bei ihrem Makler für die Immobilien-Suche nutzen. Außerdem Kaufinteressenten, die ihre finanziellen Möglichkeiten bei der Bank vorab klären, sind im Vorteil. Interessant ist auch die Prognose für neue, frei vereinbare Mieten. Diese sollen 2022 unter der Inflationsrate steigen. Die Preise für Eigentumswohnungen legen generell wieder stärker zu. Die Rentabilität von Anlegerwohnungen geht tendenziell weiter zurück. Sollten Sie gerade daran denken, Ihre Immobilie zu verkaufen, dann ist also jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Oft beschäftigt einem auch das Thema der Immobilienweitergabe innerhalb einer Familie. Die Gründe für eine Immobilienweitergabe oder einen Verkauf können vielseitig sein. Aber eine Frage ist immer die gleiche. Was ist meine Immobilie eigentlich wert? Die Bewertungsverfahren von Immobilien sind in Österreich im Liegenschaftsbewertungsgesetz geregelt. Darin ist vorgegeben, wie die einzelnen Verfahren ausgestaltet werden müssen und wie diese zu rechnen sind. Als Laie ist das kaum zu bewerkstelligen und wenn es um den Warnwert einer Immobilie geht, dann ist das oft nicht allein rechnerisch abgetan, sondern ein Zusammenspiel von Vermarktung, Angebot und Nachfrage und vielen anderen Einflussfaktoren. Dazu bietet Remax die Nummer 1 in der Immobilienvermittlung aktuell österreichweit die Möglichkeit einer kostenlosen Marktwerteinschätzung an. Sie erhalten dabei mündlich eine kostenlose und realistische Marktwerteinschätzung und können sich auch unverbindlich über die Möglichkeiten einer Vermarktung Ihrer Immobilie beraten lassen. Mehr dazu auf remax.at. Sind Sie eigentlich noch im Homeoffice oder haben Sie wieder ein Büro? Auf alle Fälle sind die aktuellen Lockerungsschritte der Corona-Maßnahmen in aller Munde. Das Homeoffice wird aber voraussichtlich Teil unseres Arbeitsalltags bleiben. Der erwartete Trend in Richtung weniger Büroflächen in Österreich ist aktuell definitiv noch nicht sichtbar. Dazu kam eine Analyse der Remax Commercial Group, unter der ausgewählte Gewerbeimmobilien-Experten innerhalb des Remax-Netzwerks firmieren. Mehr dazu erfahren Sie jetzt. Der Büromarkt bleibt krisenresistent. Aktuell werden noch wenige neue Büroflächen fertiggestellt. Das führt dazu, dass das Mietniveau in den Toplagen weiterhin stabil bleibt. Einzig in Klagenfurt konnte laut der Experten von Remax eine deutliche Steigerung zum Vorjahr ausgemacht werden. Die Fertigstellung von neuen Büroflächen wird jedoch in den kommenden Jahren österreichweit zulegen und damit für einen Qualitätsschub am Markt sorgen. Im ersten Pandemiejahr 2020 ist vereinzelt bereits ein Abgesang auf klassische Büroimmobilien angestimmt worden. Der hat sich aber als falsch erwiesen. Heute kann man wohl mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Büroimmobilienmarkt auch nach Ende der Pandemie ein wichtiger Treiber für den gewerblichen Immobilienmarkt bleiben wird. Das waren die neuesten Informationen über den heimischen Immobilienmarkt in der aktuellen Ausgabe der Remax News. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, Sie bei der nächsten Ausgabe im Juni wieder zu begrüßen und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleibens gesund und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017